so hallo erstmal zu unserem guardian tales playthrough das hatten sich ja einige user gewünscht das ist jetzt auch das erste mal dass ich sowas mache also sorry wenn es nicht gleich perfekt ist das allererste video war ja ein prolog video das habe ich absichtlich nicht kommentiert und das ist jetzt hier die erste richtige story mission ich habe ja extra mit meinem anderen spielspann nicht mehr weitergespielt damit ich hier jetzt zuviel noch mal neu spielen musste also ich kenne jetzt auch nur ein paar levels komm steh auf und 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 Ja ich werde es jetzt auch immer so machen wie ich es auch sonst immer gemacht habe beim spielen also wenn ich irgendwie so Münzen whatever finde dann werde ich die auch gleich immer alle einsammeln Ach komm Ja ich werde noch mal mit gelabern Wollen wir noch weiter? Ja es geht Ich kann ihn nicht so schnell mit Ich kann ihn nicht so schnell mit ich kann ihn nicht so schnell mit Ich muss ihn nicht so schnell mit Ja zuvorn Das Thema im Weg stehen muss ja mein charakter ist jetzt natürlich ein bisschen overleveled bei der anmeldung direkt diese ganzen ep die man kriegt habe ich direkt mal reingeballert aber mal handschuhe Ja okay, mit dem Levelunterschied sind hier natürlich keine Herausforderung. Was ist da raus? auch noch was erkennt man noch mal in der mini map ah, da ging es doch durch ok 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 ah ja Ja, die Heimlevels vielleicht auch, wenn dann mal separat machen. Ja, die Heimlevels vielleicht auch. Oh, mach dich los! Oder so. Auf, auf! Da war noch einer. Ja, an der Stelle war es das dann auch schon. Mit Welt 1. Ich werde immer nach der Welt eine Pause machen, falls jemand mal auch nicht weiterkommt, damit er weiß, wie er gucken muss. Ja, hoffe, euch hat es so schon Spaß gemacht. Video gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne in den Kommentaren. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bye, bye! Bye. 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 Bye.